Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Kropoczek, ich bin 25 Jahre alt und bin als Beruf Bauleiter. Ich bin seit acht Jahren in der Schienenbranche tätig und in meinem Berufsalltag sorge ich dafür, dass die Baustellen reibungslos ablaufen. Ich stehe in enger Kommunikation mit den vielen verschiedenen Auftraggebern und kümmere mich um alles, was die Baustelle belangt. Darüber hinaus kümmere ich mich um die Baustellenvorbereitung, die Baustellenabwicklung und die Koordination der vielen verschiedenen und unterschiedlichen Maßnahmen. An meinem Beruf mag ich besonders, dass am Ende des Tages die erbrachte Leistungen, die im Team ausgeführt wurden, in fertiggestellten Objekten ersichtlich sind. Wer Bauleiter werden will, sollte eine gewisse Leidenschaft für den Eisenbahnbau mitbringen. Genauso sind gutes technisches Verständnis sowie die Kommunikationsfähigkeit Grundvoraussetzungen in unserem Beruf als Bauleiter. Dankeschön.